und so wieder muss ich mich hier schon mal wieder durch kämpfen oh my god wissen wir jetzt so doob ich weiß auch nicht was man was du mache ja ihr könnt schon mal herkommen ich räume hier schon mal auf so lange zivilist getötet werden zivilist getötet können langsam ihren arzt gebrauchen wir gehen da ins haus rein wenn man vom arzt spricht dieser da das ist ja mal was gekloppt gemacht ex beachtung bei dir kommt verstärkung ich sehe gerade gar nichts alter was ist hier los ok wir wollten action wir haben action ich sehe nichts ich sehe nichts was ist mit mir was ist mit dir ich war gerade total blind wie blind ja du blendet irgendwie ja das hatte ich vorher bevor du gesagt hast bei dir kommt verstärkung blank granate hier sind wieder alle gegner da aber alle also leg dich hin alter okay ähm verbannt verbannt heilen warum ist bei mir jetzt alles grün aber wahrscheinlich habe ich weiß nachtsicht gerät an gemacht habe irgendwo ist ja auch noch wieder aber wo sind die hier oh ex wohl kommt ich komm zu und versuch dich zu retten alter wo sind diese scheiß also heilen heilen oh weg 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 kann dich doch nicht heilen so jetzt komme ich wir müssen dann gleich weg expo wir müssen gleich weg hier ja weg schnell weg der hat es total auf mich abgesehen der typ wo ist denn der wir sind auf den dächern wo kann hier nicht stehen bleiben ja ich sehe ihn ich habe ihn weg einer ist auf jeden fall weg okay da oben auf dem dach steht auch noch mal einer mal gucken da kommst du her da hättest du dich wohl verstecken müssen okay die auf der dächer müssten weg sein so da ist ein dicker noch konnten der rum expo bei dir drin müssen dicker sein der schoss sichere glas oder das ist das blut da hängt das blut an der wand so wir müssen weiter uns vorkämpfen zur corndale da sitzt sie ok video endlich ich hab's ja gewusst ja hab's hingekriegt oh scheiße ich habe ein kleines aber wichtiges detail vergessen was denn den download sobald er startet dauert es nicht lang bis blake herausfindet was hier los ist die Computeraktivität wird ihnen genau zeigen wo wir sind dann mache ich mich mal auf Besuch gefasst ja verhalten sie sich gut vor kommen sie zurück wenn wir mit dem download beginnen können oh 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 das heißt wir müssen ballern wahrscheinlich schutzengel schutzengel ok neues video bin bereit ok wird schon schief gehen oh mein gott bitte sagen sie sie wissen was sie tun sagen sie dass ich nicht mein ganzes leben geschuftet habe um erschossen zu werden weil ich mein eigenes programm hacke unsere mission ist wichtiger als wir aber keine sorge ich tue was ich kann um sie zu beschützen genau das hat Sentinel auch gesagt als die hier ankamen das wird heftig jetzt das wird heftig jetzt der ist schon eh da tot was der dreht ich bin wieder tot betreibt denn der sich auch rum hier was ist das Entsch Bronze Achtung die Oh, ein Hubschrauber von hinten. Zu dritt geht das natürlich einfacher als wir alleine. Na gut, du hast aber auch mehr Feinde. Nein, bis jetzt ist es immer dasselbe. Also ich habe alleine Schwierigkeiten, ich habe so einen Elite-Stützpunkt da zu knacken. Dann habe ich das C-Dritt gerufen und dann war es dreimal so schwer wie vorher. Ich meine, du konntest dich nicht mal daran erinnern, wo wir hin müssen. Woher willst du denn noch wissen, wie viele Gegner du hattest? Ich habe ja gesagt, dass wir wieder zurück müssen zu der Tussi wahrscheinlich. Ja, aber erst hast du gesagt, wir müssen den Schalter da betätigen da oben. Ja. Ten, willst du mir erzählen, du willst jetzt noch wissen, wie viele Leute du hier getötet hast? Den habe ich betätigt. Nee, der war ja inaktiv. Der scheint da oben. Gut, egal jetzt. Spielen. Assehbar. Ach, sehen wir uns schon wieder. Mhm. Das hat das Mikro ja nicht an. Oh, doch. Jetzt habe ich es wieder an. Ja. Schon ewig nicht an. Ja, war auch nichts wichtiges. In die Hocke. Mutzmann ist fertig. Ich glaube es ist fertig. Ist es fertig? Ja. Oh es ist fertig. So ihr redet mit ihr und ich sammle hier mal ein. Oh Video. Das war einfach. Ja. So dritt ich ja. Ich habe den Rest meines Lebens zur Therapie gehen müssen. Verschwinden wir bevor noch mehr von den Arschlöchern auftauchen. Ich muss die KI entpacken. Aber dafür brauche ich einen sicheren Ort. Irgendeine Idee? Es gibt ja dieses Labor, das bei der Übernahme noch eine Baustelle war. Da könnte es vielleicht gehen. Das ist unsere beste Chance. Na wenn sie es sagen, dann los jetzt. Zum Labor. Exkortieren. Ja komm wir nehmen. Wie weit ist denn das weg? Ich glaube mit dem Hubschrauber müssen wir machen. Ja. Das müssen wir ja schon mal die Kornweil. Kommt die mit? Ja. Eins kommt. Komm wir machen. Hallo. Wer ist denn die A-Expo? Komm wir nehmen den Hubschrauber. Ich soll mitfliegen. Ich habe keine Lust mich da durchzukämpfen jetzt. Kommst du? Ja. Wir haben es ja auch nicht eilig. Komm mal. Steig deinen Hubschrauber ein. Ja. So. Ich fliege. Und Expo passt drauf auf. Ja. Steig ein jetzt. Bist du drin? Ja. Weiß nicht. Ist da. Na dann. Warum steht denn hier sonst ein Hubschrauber? Warum? Und jetzt fängt sie gleich zu reden an. Oder? Hm? Oh oh. Jaja. Oh. Oh. Ja. Oh. Wer ballert hier? Expo ballert. Der Ballertsmann. Der hat sich verabschiedet. Ist da unten was? Ne. Ist nicht. Ne. Dann lande mal da. Da ist nichts. Ne. 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 Wir strangen hier auf dem Vorplatz, oder? Ja. Das war eine Bilderbuchlandung. Sogar die Scheiben sind noch ganz. So. Sodra mal rein. Da. hallo christina kommst du mal oder jetzt immerhin im krieg auch guck mal läuft als ob sie im shopping center wäre so video wie ist unser status es gibt ein problem es wird länger dauern als gedacht aber sie können die kai extrahieren ja vielleicht ich glaube schon aber das unternehmen wir wegen meines teams ist ein tier wenn er glaubt sie wüssten wo wir sind das sind wissenschaftler sie kommen nicht gut klar mit sie wissen schon gewalt überlassen sie black und die wissenschaftler mehr knacken die kai was läuft die zeit davon ich kenne nur eine andere person die die kai in der zeit die wir haben knacken könnte wen grace products gut können wir den kontakt nein es ist kompliziert vergessen sie es einfach hier ich regle das mit der kai bitte hätten sie einfach mein team ok abgeschlossen ist erledigt über neuer einsatz vergeltungsmaßnahmen wo müssen wir denn dahin aha anheften das ist aber auch ganz schön weit weg dazu wie kann man draußen ein hubschrauber stehen schutzengel ok ich gehe mal zum hubschrauber ja das ist immerhin zwölf kilometer acht kilometer weg und zwölf kilometer weg kisten sind natürlich auch noch gar nicht ja ja ich habe jetzt keine lust auf kisten wir warten noch auf expo kisten 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 das sind eine ganze menge noch ich habe vorhin zu viel suchen müssen ich habe es keine lust ja ja draußen steht der chauffeur und wartet auf den chef da kommt er wieder wieder einsteigen es geht los ab in die luft und vollgas gucken wie schnell die kiste ist naja so schnell ist die jetzt auch nicht 162 sachen das geht ja 7,5 kilometer ja der kleine hubschrauber denn was ich mal gekauft habe das richtig schnell der fliegt über 200 sachen ja nicht schlecht lalalala da müssen wir bestimmt wieder ballern da hat er zwei punkte ne ne so nur noch vier kilometer oh ja da musst du gut ballern du musst den knast ne echt ach du grünen oder streckt sich einer ich glaube so lange machen wir heute nicht mehr bist neun stuhl nicht gewöhnt ne 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 die